Moin Leute. Moin. Herzlich Willkommen auf unserem Kanal. Mathe leicht gemacht. In diesem Video machen wir die Punktprobe. Also wir schauen ob ein Punkt auf einer Ebene liegt oder nicht. Also wir haben hier so bildlich dargestellt eine Ebene. Mal gucken ob dieser Punkt da drauf ist oder nicht. Ja man weiß ja die Ebene ist ja im Endeffekt unendlich groß und dann gucken wir einfach ob ein Punkt drauf liegt. Also falls ihr euch fragt ja jetzt ist ja unendlich groß, warum soll er nicht drauf liegen? Sie können ja auch drüber oder drunter liegen. Ja. So hier haben wir einfach mal eine Ebene Gleichung gegeben und den Punkt. Genau und ihr sollt einfach mal selber überlegen wie ihr das hinbekommt. Wie ihr überprüfen könnt ob der Punkt da auf dieser Ebene Gleichung ist oder nicht. Ja genau. Passt immer. So immer wenn wir prüfen wollen ob irgendwas auf einer Ebene liegt oder ein Punkt oder so. Oder auf einer Geraden war es auch immer so. Einsetzen. Immer einsetzen. Einsetzen ist aber schon mal viel gewonnen. Wie setzen wir das ein? Wir setzen diesen Punkt einfach hier ein. Weil das soll ja da raus kommen. Ja das sind alle Punkte auf der Ebene und wir gucken ob der auf der Ebene liegt. Und dann müsst ihr sozusagen ein R und ein S geben damit der Punkt raus kommt. Genau. Und nun haben wir also drei Gleichungen mit zwei Unbekannten und das kriegen wir natürlich aufgelöst. Das ist halt ähnlich wie Schnittpunkt gerade gerade. Ja. Jetzt haben wir halt hier daraus jede Zeile ist wieder eine Gleichung. Die erste Zeile ist minus vier ist gleich null plus R minus zwei S. Hier. Und die zweite und dritte könnt ihr auch ablesen. Und genau. Man muss jetzt im Endeffekt das lösen. Hier ist es recht dankbar. Hier sehen wir gleich in der letzten Gleichung, dass R gleich minus zwei sein muss. Dann setzen wir das halt in eine andere Gleichung ein. So. Die halt zum Beispiel in die... Obwohl noch brauchen wir es gar nicht einsetzen, weil wir sehen hier aus der zweiten Gleichung können wir direkt S ausrechnen. Genau. Ja. Kann man direkt sehen, S ist gleich eins. Jetzt haben wir R und S. So. Jetzt ist es wichtig. Wir haben R und S aus diesen beiden Gleichungen rausbekommen und das setzen wir jetzt in die erste Gleichung ein. Und gucken ob es drauf liegt. Genau. Bei zwei Gleichungen kriegt man fast immer einen Wert raus. Ja. Außer die sind gleich. Jetzt muss man gucken ob es in der dritten Gleichung auch passt. Genau. Ja. Wichtig in die noch nicht verwendete Gleichung einsetzt. Wenn ihr das in eine von den verwendeten Gleichungen einsetzt, wird es rauskommen. Klar. Haben wir damit errechnet. So. Also in die erste einsetzen. Hier drauf konzentrieren, dass wir hier minus zwei einsetzen bei R. Dass das multipliziert wird. Genau. Und dann ist es eigentlich auch... Muss wieder linke Seite, rechte Seite gleich rauskommen. Da kommt raus minus vier gleich minus vier. Genau. Minus zwei minus zwei ist minus vier. Der Punkt liegt auf der Ebene. Genau. Jetzt wisst ihr also wie ihr das überprüfen könnt. Genau. Ist ja nicht so schwer. Einfach einsetzen und ausrechnen. Ist eine ganz wichtige Grundlage. Genau. Alles klar bleibt dran. Bleiben Leute. Ciao. Ciao.